Was ist die VfB in der Bundesliga-Rückrunde? Was ist die VfB in der Bundesliga-Rückrunde? Die Entscheidung gegen Hannes Wolf ist aber eben auch eine, die den Gesetzmäßigkeiten dieser Branche entspricht und damit eine, die die Verantwortlichen des VfB Stuttgart Zoo im Grunde nicht mehr treffen wollten. Der Verein hatte sich vor einigen Monaten für einen Weg entschieden mit einem jungen Trainer und der sollte unabhängig sein von den Gesetzmäßigkeiten dieser Branche, auch durch die finanziellen Möglichkeiten, die die Ausbildung gebracht hatte. Kein schnelles Reagieren, keine panikartigen Handlungen, wohl durchdacht mit einer klaren Strategie. Nun, muss man sagen, ist der VfB komplett von diesem Weg abgekommen. Der Manager, Jan Schindelmeiser, wurde schon im vergangenen Jahr entlassen. Viele Spieler sind gefolgt, die den Aufstieg noch gefeiert haben im vergangenen Sommer. Nun ist auch der Aufstiegstrainer weg. Für was steht der VfB im Januar 2018? Die Frage zu beantworten, ist extrem schwierig im Moment. Michael Reschke, der Sportverstand und der Präsident des Vereins Wolfgang Dietrich müssen Antworten auf diese Fragen geben. Auf diese eine Frage speziell, für was steht der VfB? Diese Frage kann nicht allein mit der Benennung eines neuen Trainers beantwortet werden. Sie geht weit darüber hinaus. Markus Weinzierl ist womöglich ein logischer Nachfolgekandidat für Hannes Wolf. Die sportlichen Probleme sind bekannt. Es wird sich zeigen, ob er sie in den Griff bekommen kann oder ob doch ein anderer sein Glück versuchen kann. Wichtiger noch, die Fans müssen neu erobert werden. Nach dieser Entscheidung gegen Hannes Wolf ist die Frage, inwiefern das bedingungslose Vertrauen, das in den letzten Wochen und Monaten da war, so noch gilt gegenüber Vereinen und Mannschaften.